So, okay. Wie sieht's aus? Das ist immer jetzt hier auf der Mappe. BuddyPL Wie sich rumdreht, der Panther. Ich weiß, wo wir hinfahren sollen. So, die Gegner haben einen Bulldog, wir haben einen Evin, also der E... Oh, wir haben einen Bogorask sogar mal. Dieses Mal einer, der was kann, weil er schon zwei Gunmarks hat. So, jetzt schauen wir mal, was der Evin aufkriegt. Da ist immer gar nichts. Jetzt, er fährt auch einen komischen Weg. Aber das macht nichts. Dann schmeißen wir mal hier oben. Zur Not müssen wir halt den selber spotten, den ganzen Shit. Okay, da hat er was. Da muss ich jetzt snappen, aber so schnell kann's eigentlich vergessen. Nice. Da hat er wieder eine gute Crew am Start. Hey. 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 So, der Evin, der gibt sich allergrößte Mühe. Jetzt sehen wir gleich den Doppelrohrpanzer hier durchfahren. Hoffe ich. Oder den IS-2. Ja, da ist er. Da wird er auch belohnt. Der Evin. Gegner-Team ist völlig lost. Gegner-Team ist völlig lost. Gegner-Team ist völlig lost. Sehr fast. Gegner-Team istburg-Team ist viel lost. Dann ist der Alt-Team. Na Gott. Gegner-Team istiled. Gegner-Team ist völlig lost. Gegner-Team ist völlig lost. Gegner-Team ist völlig lost. Gegner-Team ist völlig los, habe ich ja gesagt. Die sitzen alle dort oben. 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 Die sind so lost, die Gegner. Holy shit, sind die lost, ey. Schade. Fuck. Was war das denn? Was war das? Meine Kanone ist sowas von heiß gelaufen. Die schmilzt der Lauf gleich weg, ey. Dauerfeuer. Das Gegner-Team war, da waren so viele schwache Spieler drin. Zweites Ace schon. 7000 Damage. Schon wieder 7000. Holy shit, man. Irgendwas geblindet. AC. Komplett. Ja, den haben wir geblindet. 7000. 7000. 7000. 7000. 7000.